Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man Windows 11 vollständig neu installiert. Im Anschluss hat man also eine saubere Neuinstallation von Windows 11. Egal ob ihr euren PC einfach neu einrichten wollt, die Hardware getauscht habt oder einen neuen Rechner zusammengebaut habt. Wir beginnen mit dem Herunterladen und Erstellen eines geeigneten Installationsdatenträgers in Form eines USB-Sticks. Dazu verwenden wir das von Microsoft bereitgestellte Windows Media Creation Tool. Es gibt für diesen Zweck auch Drittanbieter-Programme, wie zum Beispiel Rufus. In diesem Video beschränken wir uns aber auf die von Microsoft bereitgestellten Mittel. Bevor wir überhaupt an eine Installation von Windows 11 denken können, müssen wir überprüfen, ob unser Rechner die Mindestvoraussetzungen für Windows 11 erfüllt. Ein halbwegs aktueller PC sollte keine Probleme bereiten. Die Anforderungen für eine Installation von Windows 11 sind folgende. Der Prozessor sollte mindestens 1 Gigahertz oder schneller sein und über zwei oder mehr Kerne verfügen. Außerdem muss es sich um einen 64-Bit-Prozessor handeln. An Arbeitsspeicher, also RAM, müsst ihr mindestens 4 GB verbaut haben. Für die Installation und den Betrieb von Windows 11 müssen außerdem mindestens 64 GB an Festplattenspeicher vorhanden sein. Eine DirectX 12 Grafikkarte ist ebenfalls erforderlich. Außerdem muss der PC über ein UEFI BIOS verfügen. Weiterhin muss TPM 2.0 vorhanden sein. TPM steht für Trusted Platform Module und dient der Sicherheit. Hier möchte ich aber noch anmerken, dass man sämtliche Anforderungen an den PC umgehen und Windows 11 trotzdem installieren kann. Hierauf gehe ich in diesem Video nicht weiter ein. Ich verlinke euch aber ein passendes Video im Infobereich. Stichwort Rufus. Was ihr im Folgenden benötigt, ist eine Internetverbindung für den Download des Media Creation Tools und der Windows 11 Installationsdatei. Außerdem ein USB-Stick zum Erstellen des Installationsmediums. Dieser USB-Stick sollte über mindestens 8 GB freien Speicher verfügen und leer sein, bzw. falls sich darauf noch Daten befinden, solltet ihr diese vorher sichern, da sie beim Erstellen des Installationsdatenträgers gelöscht werden. Einen gültigen Produktschlüssel für die Windows-Installation benötigt ihr nur, wenn ihr Windows 11 auf einem neuen PC installieren wollt. Wenn eure Hardware sich nicht groß geändert hat, dann sollte in der Regel ein aktiviertes Windows auch im Anschluss der Neuinstallation nach einem Klick auf Aktivieren wieder aktiviert sein. Das funktioniert jedenfalls dann, wenn in den Einstellungen unter Aktivierung im Bereich Aktivierungsstatus folgendes steht. Windows wurde durch eine digitale, mit ihrem Microsoft-Konto verknüpfte Lizenz aktiviert. Das bedeutet, dass euer Windows mit eurem Microsoft-Konto verknüpft ist. Hierzu wird eine Hardware-ID zusammen mit dem Produktschlüssel auf eurem Konto gespeichert. Wenn ihr später nach einer kompletten Neuinstallation auf Aktivieren klickt, dann werden diese Informationen abgeglichen und Microsoft erkennt anhand der Hardware-ID, dass ihr für diesen PC eine gültige Lizenz besitzt und Windows ist dann direkt wieder aktiviert. Doch auch wenn sich die Hardware, z.B. das Mainboard, geändert hat, dann ist es meist problemlos möglich, die Aktivierung auf das neue System zu übertragen. Hierzu muss man dann lediglich bei der Aktivierung die Problembehandlung starten und Microsoft mitteilen, dass sich die Hardware geändert hat. Die Verknüpfung des Produktschlüssels bzw. der Lizenz mit eurem alten System wird dann aufgehoben und mit dem neuen System verknüpft. Solltet ihr keinen Produktschlüssel besitzen oder möchtet Windows erst nach der Installation aktivieren, so ist das auch kein Problem. Also gut, genug Vorbereitung. Fangen wir mit dem Erstellen eines Windows 11 Installationsmediums an. Zum Erstellen des Installationsmediums verwenden wir das Media Creation Tool für Windows 11 von Microsoft. Es gibt auch andere Optionen, hier wieder Stichwort Rufus, aber da das Media Creation Tool wirklich sehr einfach in der Handhabung ist, ist es für das normale Erstellen eines solchen Datenträgers eine gute Wahl. Zum Herunterladen öffnen wir den Browser unserer Wahl und navigieren zu folgender Seite. Im Bereich Erstellen von Installationsmedien für Windows 11 finden wir den Download und noch einige weitere Informationen bezüglich der Installation von Windows 11. Wir klicken auf Jetzt herunterladen. Ihr könnt das Programm entweder an einem beliebigen Ort speichern oder auch direkt ausführen. Ich wähle das direkte Ausführen und das Media Creation Tool wird direkt gestartet. Eine Installation des Programms ist nicht nötig. Es geht also direkt los mit dem Erstellen des Installationsmediums. Naja, fast jedenfalls. Erstmal die Lizenzbestimmungen. Jetzt noch ein paar Grundeinstellungen. Ich belasse es hier bei Empfohlene Optionen für diesen PC verwenden. Im nächsten Schritt wählen wir das zu verwendende Medium aus. Hier wählen wir USB-Stick. Alternativ können wir jetzt einfach nur die Windows 11 ISO Datei herunterladen und anschließend daraus einen Datenträger erstellen. Das ist aber umständlicher. Jetzt wählen wir unseren USB-Stick aus. Damit es keinen Durcheinander gibt, solltet ihr nur den USB-Stick, den ihr für die Installation verwenden möchtet, eingesteckt haben. Falls ihr den USB-Stick noch nicht eingesteckt habt, so ist das auch kein Problem. Einfach jetzt einstecken und anschließend auf Laufwerksliste aktualisieren klicken. Danach sollte der USB-Stick auftauchen. Nachdem wir den USB-Stick ausgewählt haben, geht es auch schon los. Das Programm lädt die aktuelle Windows 11 Version herunter. Das dauert je nach Internetverbindung entsprechend lange. Danach wird der Download noch kurz geprüft und der Erstellvorgang des Windows 11 Installationsdatenträgers beginnt. Wie lange dieser Vorgang dauert, hängt vor allem von dem verwendeten USB-Anschluss und der Geschwindigkeit des USB-Sticks ab. Am Ende erhalten wir die folgende Ansicht, die uns darüber informiert, dass unser USB-Stick bereit ist. Wir klicken auf Fertigstellen. Das Media Creation Tool führt jetzt noch eine Bereinigung durch. Unser erstellter USB-Stick sieht nun folgendermaßen aus. Okay, das ist völlig uninteressant, aber so kann man wenigstens kurz sehen, was man gerade gemacht hat. Kommen wir nun zur Installation von Windows 11. Hierzu starten wir den PC neu und booten von unserem gerade erstellten USB-Stick. Das können wir über zwei Methoden erreichen. Zum einen können wir direkt aus Windows heraus den Start von einem USB-Stick einleiten. Hierzu klicken wir auf Start und dann auf das Ein-Aus-Symbol. Hier klicken wir jetzt bei gehaltener Umschalttaste auf Neu starten. Nach einer Weile landen wir hier. Jetzt klicken wir auf Ein-Gerät-Verwenden und wählen den USB-Stick aus, von dem wir booten möchten. Der Rechner startet neu und das Setup sollte automatisch starten. Die zweite Methode führt direkt über das UEFI bzw. BIOS des Rechners. Hierzu öffnen wir das BIOS, indem wir direkt nach dem Einschalten des PCs die entsprechende Taste drücken. Diese wird in der Regel, wenn auch nur kurz, auf dem Bildschirm angezeigt. Häufig ist das F2, Delete oder Entfernen. Im BIOS angekommen suchen wir nach den Boot-Optionen und konfigurieren die Boot-Folge so, dass ein angeschlossenes USB-Laufwerk zuerst verwendet wird. Egal wie wir die Installation gestartet haben, wir landen jetzt hier. Als erstes wählen wir die Installationssprache, die Uhrzeit und das Währungsformat sowie Tastatur- und Eingabemethode aus. Nach einem Klick auf Weiter kommen wir auf die nächste Seite, auf der wir nur zwei Möglichkeiten haben. Nummer 1, Windows installieren. Das werden wir auch gleich tun. Aber noch kurz ein Hinweis zu der zweiten Option, nämlich die Computer-Reparatur-Optionen. Hierüber erreicht ihr verschiedene Optionen für den Fall, dass Windows einmal Probleme macht. Auch die Wiederherstellung eines System-Upbilds erreicht ihr über die Computer-Reparatur-Optionen. Einen solchen Windows-Installations-Datenträger zu haben, ist also auch dann nützlich, wenn ihr Windows gar nicht installieren wollt. Eine Alternative hierzu ist das Wiederherstellungslaufwerk, welches ihr direkt in Windows erstellen könnt. Okay, wir möchten Windows installieren und klicken deshalb jetzt installieren an. Das Windows-Setup möchte im nächsten Schritt einen gültigen Produktschlüssel von uns. Wenn Windows bereits auf diesem PC installiert war, müsst ihr keinen Key eingeben. Falls ihr Windows frisch installiert, dann könnt ihr entweder einen gültigen Produktschlüssel eingeben oder einen sogenannten generischen Schlüssel verwenden. Diese generischen Schlüssel findet ihr im Internet, wenn ihr nach generischer Windows 11 Schlüssel sucht. Mit einem solchen Schlüssel sagt ihr der Installation, welches Windows 11 ihr installieren und verwenden möchtet. Also zum Beispiel die Home- oder Pro-Edition. Wenn man keinen Schlüssel hat und auch keinen generischen Schlüssel verwenden möchte, dann kann man hier auch einfach Ich habe keinen Produkt-Key anklicken. Das ist auch die Variante, die ich hier wähle. Also Ich habe keinen Produkt-Key. Da wir keinen Produktschlüssel eingegeben haben, möchte Windows jetzt wissen, welches Betriebssystem wir installieren wollen. Genauer gesagt, welche Edition wir installieren wollen. Ich wähle hier die Pro-Version von Windows 11 aus. Anschließend geht es weiter mit den Lizenzbedingungen, welche wir natürlich akzeptieren müssen, sonst geht es hier nicht weiter. Im nächsten Schritt wählen wir die Installationsart aus. Hier haben wir die Option Upgrade und Benutzer definiert. Wir wählen hier Benutzer definiert aus, da wir ja alles neu machen möchten. Bei der ersten Option würden dann doch Datenreste übrig bleiben. Jetzt müssen wir das Installationslaufwerk wählen, auf dem wir Windows 11 installieren möchten. In meinem Fall ist bereits Windows 11 installiert und es sind deshalb einige verschiedene Partitionen vorhanden. Diese legt Windows bei der Installation automatisch an. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was eine Partition ist, hierbei handelt es sich um einen abgegrenzten Bereich auf dem Laufwerk. Eine solche Partition sieht aus und wird auch genauso behandelt wie eine eigenständige Festplatte. Es handelt sich jedoch um ein und dasselbe physische Laufwerk. Da wir Windows ja neu, also ganz frisch installieren, lösche ich hier alle Partitionen. Vorsicht, wenn ihr mehrere Laufwerke eingebaut habt, stellt sicher, dass ihr die richtigen Partitionen löscht bzw. das richtige Laufwerk auswählt. Ein einfacher, aber wirksamer Weg, um Datenverlust bei bereits vorhandenen Laufwerken zu vermeiden, ist es, einfach die Laufwerke, die ihr nicht löschen möchtet, vorher zu entfernen, also den Stecker ziehen. Das ist natürlich bei gesteckten Laufwerken wie beispielsweise M.2 etwas fummelig. Ansonsten schaut genau hin und vergleicht die Größe, um das korrekte Laufwerk zu wählen. Nach dem Löschen bleibt am Ende nur nicht zugewiesener Speicherplatz auf Laufwerk, in diesem Fall 0. In diesem Fall möchte ich das gesamte Laufwerk für die Windows 11 Installation verwenden. Ich wähle das Laufwerk also aus und klicke auf Weiter. Das Setup kopiert nun die erforderlichen Dateien. Das dauert wieder einen Moment. Anschließend muss der Rechner neu gestartet werden. Das geschieht automatisch nach Ablauf der Zeit. Wir können aber jederzeit den Vorgang mit einem Klick auf Jetzt neu starten beschleunigen. Das Setup arbeitet jetzt eine Weile und irgendwann landen wir hier. Jetzt geben wir zunächst unser Land an. Danach das Tastaturlayout. Wenn ihr weitere Tastaturlayouts hinzufügen möchtet, dann könnt ihr das auf der nächsten Seite tun. Andernfalls geht es durch einen Klick auf Überspringen weiter mit einer Netzwerkverbindung. Wenn euer Rechner mit einem Netzwerkkabel angeschlossen ist, dann könnt ihr hier einfach fortsetzen. Wenn ihr eine WLAN-Verbindung aufbauen müsst, dann könnt ihr diese Einstellung ebenfalls hier vornehmen. In diesem Beispiel habe ich keine Internetverbindung, weshalb ich nun nicht weiterkomme. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr Windows mit einem lokalen Konto installieren wollt. Auch das funktioniert bei der Windows 11 Installation seit einer Weile nicht mehr so einfach. Wenn ihr also eine Internetverbindung und ein Microsoft-Konto mit den entsprechenden Anmeldedaten besitzt, dann verläuft das Setup bei euch nun ein wenig anders. Da die Variante mit Internet- und Anmeldedaten aber einfacher und selbsterklärend ist, zeige ich in diesem Beispiel die etwas kompliziertere Variante. Für den Fall, dass man keine Internetverbindung und Anmeldedaten hat. Lasst euch aber von der Wortwahl kompliziert bitte nicht abschrecken. Es ist eigentlich sehr einfach, aber eben kompliziert im Vergleich zu der Variante, wo man einfach weiterklicken muss. Das Schlüsselwort für das weitere Vorgehen an dieser Stelle ist Out-of-Box-Experience. Hierbei handelt es sich um eine Option, die Microsoft offiziell bietet, um eben diese Anforderungen an Internet und Anmeldung mit einem Konto zu umgehen. Und das funktioniert so. Wir drücken die Tastenkombination Umschalttaste plus F10 und öffnen so eine Eingabeaufforderung. Hier tippen wir nun folgendes ein. Direkt nach dem Absenden des Befehls startet das Setup neu und wir landen wieder bei der Sprachauswahl. Wir stellen also erneut die Sprache und das Tastatur-Layout ein. Jetzt prüft Windows auf Aktualisierung, was im Grunde hier gar nicht möglich ist, da keine Verbindung mit dem Internet besteht. Anschließend landen wir auf dieser Seite. Hier müssen wir jetzt einen Benutzer anlegen, mit dem man sich bei Windows anmeldet. Dieser Schritt entfällt, wenn ihr nach Vorgabe von Microsoft mit Internetverbindung und Anmeldedaten installiert. Ich gebe also einen Namen für diesen Benutzer ein und muss dann noch ein Passwort sowie drei Sicherheitsfragen festlegen. Danach geht es mit den Datenschutzeinstellungen weiter. Diese solltet ihr nun auch wieder sehen, wenn ihr euch mit einem Microsoft-Konto angemeldet habt. Kurz gesagt, ab hier sollte das Setup wieder gleich verlaufen. Wenn ihr nicht wisst, was welche Einstellung bedeutet und auch der Hilfetext nicht wirklich weiterhilft, dann wählt überall Nein aus. Damit darf Microsoft dann so wenig wie möglich eurer Daten verwenden. Nach den Datenschutzeinstellungen haben wir es so gut wie geschafft. Das Windows 11 Setup konfiguriert jetzt noch einiges im Hintergrund und am Ende landen wir auf dem Desktop. Das war's, wir haben jetzt Windows 11 sauber neu installiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig helfen und über ein Like und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Vor allem freut sich der YouTube-Algorithmus und wenn der sich freut, dann wird dieses Video auch anderen gezeigt und öfter angesehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.